Ball über der Linie, Einwurf. Kaka. Und der Passabschluss. Willkommen, das schlägt ja an bei Liederschlag. Was für ein Schlussspurt gegen Ende der ersten Hälfte. Oh, das kann ins Auge gehen. Kaka. Messi. Und der Passabschluss. Wenn er ihn diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch, so wie in dieser Situation. Du brauchst hier wirklich starke Nerven, aber halten die Nerven auch die letzten Minuten? Was ist das? Er trifft! Die Partie endet unentschieden und es war, weiß Gott, kein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines ohne Sieger. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Am Ende ein solides Unentschieden, nicht wirklich spektakulär. Nach dem, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Und dann, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Und dann, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Den hat er ganz genau gespuckt. Messi! Sie wollen das denn! Jetzt haben wir sich den Ausgleich geschafft, auf dem sie so gedrängt haben. Erste Eckmann, sie hätten ihn im Griff, und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit, ersetzte Körperperfurt ein. Er ist ein Klasse Zuspiel. Er ist ein Klasse Zuspiel. Vielen Dank.